Seht, es ist ein Traktor. Hey Traktor, ist dir langweilig? Ja. Oh je, das ist nicht gut. Wir müssen einen Spielplatz bauen. Könnt ihr helfen? Großartig. In Ordnung Fahrzeuge, packen wir es an. Gut gemacht, Kran. Du hast eine Basis für den Sandkasten gebracht. Bagger, du musst den Sandkasten mit Sand befüllen. Okay. Boah, der Kran ist voller Sand im Sandkasten. Was hast du da, Lastwagen? Hilfst du uns, einen Spielplatz zu bauen? Ja. Okay, da ist eine Basis, aber noch kein Dach. Hey Kran, wir brauchen deine Hilfe. In Ordnung. Nun müssen wir sie mit der Hängebrücke verbinden. Die Brücke soll zwischen den Turmen hängen. Kommt Fahrzeuge, ihr schafft das. In Ordnung Fahrzeuge. Bewegt euch als Team in eine Richtung. Wir sind ein Team, richtig? Gut, aber es scheint, dass noch etwas abgeht. Oh ja, wir brauchen Treppen und Rutschen. Damit wir runterrutschen können. Lasst sie uns anbringen. Hurra, wir sind fertig. Hey Fahrzeuge, findet ihr nicht, dass noch etwas fehlt auf dem Spielplatz? Richtig Bagger, wir können eine Schaukel bauen. Yes. Hier ist die Basis für die Schaukel. Jetzt brauchen wir noch einen Sitz. Gut gemacht, die Schaukel ist fertig. Vorsicht, 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 nicht so schnell. Kran, helfen wir dem Lastwagen heraus. Lastwagen, geht's dir gut? Gut gemacht, Fahrzeuge. Heute haben wir einen schönen Spielplatz gebaut und hatten sogar Zeit, darauf zu spielen. Nun ist es Zeit, sich zu verabschieden. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.